Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin der Toto und weiter geht's mit DigiS Adventure und der Region Skandinavien. Und dem Lügner Loki, ja. Die Uhr zeigt 7.15 Uhr, anstelle im zweiten Stock die richtige Zeit ein, du behältst einen Schlüssel. Da ist nichts, da geht's auch nicht, da ist auch nichts gut. Ähm. Okay, da geht's da unten weiter. Ne, da ist auch nichts Gutes. Da ist auch nichts Gutes. Ähm. Da ist auch nichts Gutes. Stein, Stein. Haben wir da auch noch Steine? Ne. Und was war das hier? Achso, ja. Was haben wir hier? Speiseraum und zu den, die Tür mit dem Zeitschlüssel. Ähm. Ja, ne. Okay, hier haben wir was. Okay, das lassen wir so. Noch hier, okay. 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 Das ist auch okay. Na. Achso, da komm ich gar nicht dran. Da, 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 da. So. Und ein Level Up. Dankeschön. Okay. Da ist pass. Okay. Okay. Da geht auch noch was. Okay. Und so. Den zweiten Stopp, den lasse ich da. Also den, 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 den. Bis ich hier alles ausgeräumt habe. So, hier ist nichts. Da gibt's auch nicht mehr. Achso, gerade mal lesen. 7.15 Uhr und die... 7.15 Uhr und 11.25 Uhr. 7.15 Uhr. 7.15 Uhr und 11.25 Uhr. Okay. Okay. So, hier noch was. Da brauche ich doch so und so dann diese blöden... Ich geh erstmal da hoch. Ich geh erstmal hier hoch. So, hier nochmal ein und so... So. So, hier nochmal ein und so das ist. so was ist was weißen steine stunden ok was war das sieben uhr 25 sieben uhr ok 7 uhr 15 und 11 uhr 25 also da macht er wieder zu da war gar nicht nett dankeschön ok sie haben 11 uhr 25 jetzt aber am 11 uhr nach mensch keine geheimen klamotten hier wird so gut dann kann ich jetzt hier weiter durchlatschen ok das ist der blaue das ist der rote ok dann gehen wir gleich hier rein ok so ok ich kann mal mitnehmen gut ja da war aber noch wo haben wir denn da gibt es irgendwo noch einen geheimen gang ok versuchen wir so da ist nicht da ist nicht da ist auch nichts gut dann machen wir wieder mal die karte wo haben wir denn da unten ok gut da unten ist er da ist er ok gut das war einmal wo haben wir noch was übersehen hier ok ok einer fehlt noch mit 80 ok da sehe ich nichts da sehe ich nichts ok ähm hier fehlt einstein da ist er ok ja dann bedanke ich mich für euch fürs zusehen lasst mir ein like und ein abo da folgt mir auf meinen kanälen auf youtube auf twitter und auf kick bis zur nächsten folge und tschüss sagen wir mal ein abo da das ist das ist das das ist das